Ja, hallo ihr Lieben, hier ist John von Psyon Park Video. Heute haben wir mal ein kleines folgendes Erlebnis. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessant. Vor allen Dingen für diejenigen, die den Hotspot der Telekom nutzen. Und zwar haben wir hier einmal, wie gesagt, den Hotspot der Telekom. Da hat man die Möglichkeit, hier dementsprechende Logindaten anzufertigen. Und hier dementsprechend einzutragen. Hotspot, Pass und so weiter. Wenn wir damit fertig sind, kommen wir dann hinterher auf diese Ebene. Und hier sagt er jetzt hier unten, Augenblick. Ich werde mal ein S-Pen rausholen, damit wir das hier ein bisschen markieren können. Hier haben wir unten in den blauen Kästchen, sie nutzen einen Rooming Hotspot. Ist es tatsächlich so, benutze ich einen Rooming Hotspot, bin ich hier im Ausland. Und das wollen wir dann gleich mal überprüfen. Wir machen zunächst mal ein Login. Der automatische Login wird aus diesem Grunde verwehrt, weil man im Ausland sich angeblich befindet. Und deshalb wird er dann ausgeklammert. Hier fordern dann nochmal der Hinweis dazu. So, hier oben sehen wir einmal das Dreieck. Das weiße Dreieck auf blauem Grund, in dem blauen Kreis. Und das soll, so wie das aussieht, darauf hinweisen. Achtung, hier ist ein Rooming Hotspot statt. Ich habe das gleiche schon gesehen, ohne dieses Dreieck. Das ist aber schon eine Weile her, weil ich den Hotspot jetzt der Telekom auch schon eine Weile nicht benutzt habe. Hier schauen wir einmal auf die Karte, auf den Hotspot-Finder. Das Irrsinnige ist, ich bin jetzt gerade hier, wo dieser Punkt ist. Das heißt, und genau an dieser Stelle befindet sich auch der Hotspot der Telekom. Angezeigt wird allerdings hier etwas. Zwei Straßen weiter. Und da bin ich allerdings im Moment nicht. Das heißt, hier vorne an der Stelle, wo ich bin, wird überhaupt keiner angezeigt. Irgendwas stimmt da nicht mit. Aber ihr seht hier schon, anhand des blauen Punktes, wir haben unser GPS aktiviert. Wir sehen es auch hier. Per GPS festgelegter Standort. Das haben wir dann hier gekennzeichnet. Dennoch behauptet er, dass wir hier uns quasi an einem Rooming Hotspot befinden. Also folglich im Ausland. Deshalb macht er auch kein automatisches Login. Ich logge mich hier nochmal wieder manuell ein. Und gehe für den Moment einmal zurück. Und da schauen wir uns einmal die Rechtevergabe an. Wir haben hier einmal bei AppObsStarter. Schauen wir einmal den Standort. Und hier sehen wir die Hotspot-App von der Deutschen Telekom. Die räumt sich also die Rechte ein über Wi-Fi, also über die WLAN-Verbindung, den Standort zu lokalisieren über GPS. Auch in feiner Auflösung. Hier Fine Location. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich jetzt merken müsste, da wir ja in dem Moment unser GPS anhaben. Das heißt, die räumen die Rechte ein, prüfen das nach, behaupten aber, wir wären im Ausland. Und da kann irgendwie einfach was nicht stimmen. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr vielleicht da nicht mehr Kosten bezahlt, als es normalerweise notwendig wäre. Und zwar gibt es dann in den allgemeinen Einstellungen, ich gehe nochmal hier darauf zurück, hier in den allgemeinen Einstellungen, gibt es diese Position. Deaktivieren Rooming Partner Hotspots. Diese Einstellung solltet ihr dementsprechend einen Haken dran machen, um hier nochmal sicher zu gehen, dass ihr hier nicht mehr Rooming-Gebühren bezahlt, die dann euch vielleicht von eurem Guthaben abgezogen werden und die Telefonrechnung nicht hinterher höher ist, als erwartet. Die kann mit unter erschreckender Ausnahme Ausmaße annehmen. Das wie gesagt, als kleiner Hinweis zum Hotspot der Deutschen Telekom. Das war es bis hierhin, erstmal gehabt euch wohl, macht's gut, tschüsschen, euer John. Das war es bis zum Hotspot der Deutschen Telekom.